Jungs und Mädels, was geht da ab? Heute möchte ich euch mal zeigen, was wir machen können, wenn wir bei Warzone 2 gar keinen Gamesound haben. Das erste, was wir also machen müssen, ist, dass wir einmal Warzone 2 öffnen. Dann sehen wir hier oben rechts dieses kleine Menü. Da gehen wir einmal auf das Zahnrad, das sind die Einstellungen. Dann gehen wir hier auf den Unterpunkt Audio und dann haben wir hier ganz viele verschiedene Einstellungen. Erst einmal müssen wir natürlich festlegen, was wir hören wollen und was eben nicht. Wir haben hier also die Gesamtlautstärke. Logischerweise darf die nicht auf 0 sein. Wenn die auf 0 ist, dann hört ihr logischerweise einfach gar nichts. Dann haben wir hier Musiklautstärke. Das könnt ihr also alles so einstellen, wie ihr wollt. Guckt euch das einfach alles mal durch. Dialoglautstärke, Effektlautstärke und so weiter und so fort. Ein sehr wichtiger Punkt ist auf jeden Fall hier Lautsprecher, Kopfhörer, Soundgerät. Da ist, glaube ich, bei jedem automatisch erstmal das Default System Device ausgewählt. Das sollten wir aber auf jeden Fall wechseln. Wir klicken also einfach einmal hier in diese kleine Box rein, sage ich mal. Und dann wählen wir hier eben unser Gerät aus, worüber wir den Sound im Endeffekt tatsächlich hören wollen. Das ist bei mir in meinem Fall natürlich mal Headset. Kann bei euch aber natürlich auch was anderes sein. Lasst es also nicht auf Default System Device, sondern nehmt hier eben euer richtiges Gerät. Falls euer Gerät hier in der Liste nicht erscheinen sollte, dann habt ihr wahrscheinlich erst einmal ein Problem bei Windows. Dann guckt euch am besten ein Video dazu an, wie ihr euer Gerät richtig bei Windows hinzufügen und einstellen könnt und so weiter und so fort. Das kann ich in diesem Video hier natürlich nicht alles nochmal zeigen. Und das sind im Prinzip schon mal die wichtigsten Sachen, die wir machen können. Dann habe ich auch nochmal extra ein Video dazu gemacht, falls wir beim Sprachcheck keine Leute hören können oder da irgendwas eben nicht funktioniert, falls wir nicht reden können und so weiter und so fort. Das blende ich euch hier mal ein. Im Abstand guckt euch das sonst gerne mal an. Falls ich euch mit diesem Video also etwas weiterhelfen konnte, dann würde ich mich wirklich sehr über einen Like freuen. Kusslös, Zuschauen und haut rein. Kusslös, Zuschauen und haut rein.